Vishama Pada Ekahastapada Pashasana ist eine Variation des Seiles bzw. der Schlinge, die eine gute Drehübung ist. Von der Hockstellung ausgehend ein Fuß flach auf den Boden, bei dem anderen auf die Zehenspitzen und dann drehe dich zur Seite und gib dabei auch die Hand hinter den Rücken. Halte die Stellung ein paar Atemzüge lang und genieße dabei, wie du tiefe Massage deiner Bauchorgane erfahren kannst.